Guten Tag und Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ich hoffe euch gefällt, dass... Also... Ich hoffe euch gefällt, hat die letzte Runde gefallen, also die heute kam, ich bin das gerade am Dienstag auf. Die kamen letzten Dienstag, wo ich nicht mehr zurückgecut habe. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr nehmen. Aber, ich hab wieder ein sehr kompetentes Triebner löscht. Der eine lässt mich nicht bauen, und obwohl er noch nicht mal an den Fass wird, man kann nicht sogar bis jetzt der Fass wird. Und außerdem muss ich erst mich einspielen, das wird mir heute auch noch. Ich glaube, ich sollte vorher auch noch den Starten anfangen und spielen, weil... Es ist besser, sich erstmal eins zu spielen. Ich bin nämlich etwas langsamer als sonst. Oh Gott. Ja... Man kann das nicht anfangen, Ja... Okay, welche Sinn soll ich aufeinander oder soll ich wieder in die Mitte und in den Goldenen kriegen? Schüttel... Die Mitte in den Goldenen? Klingt doch gut. Das klingt doch gut. Ich musste nähen... Okay, ich habe ein großes Problem, weil mein Teamkartner geht mir kein Gold. So, wie weiß man, was er da für macht. Ja, schlau, ich bin. Okay, ich gönne mir jetzt ein bisschen Gold, werde mir mal wieder nach Hause gehen. Und ich weiß schon was mit Polaris. Dann gehe ich mir voll in den Crip. Bitte sagt das Eisende die nicht da, bitte sagt das Eisende die nicht einfach nur da. Bitte sagt das. Bitte, 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 bitte. Ja, geil. Okay, jetzt gehör ich mir voll alle gekürt mit Bogen und allen und dann geh ich wieder liegen wieder. Die gleiche Taktik wie das letzte Mal ist zwar echt puzzlehaft, aber ich kann da je nicht so machen. Sag mal so schön, dein Sprichwort. Ich hab die Beine blieb und hab das gelesen. Kam da gerade einer? Ich weiß nicht, aber ich glaub das war einer, der gerade neben mir war, aber ich konnte es jetzt ganz ehrlich sagen. Hä? Hat sie sich gerade verdoppelt? Hat sie sich... Oh, siehst du? Okay, ich sag dazu jetzt gar nichts. Ich glaub es backt ein bisschen rum, deswegen sollte ich mich glaub ich auch erst einspielen. Damit mein Laptop hier auch ein bisschen, ein bisschen sichtbar gemacht hat. Ein Bohrpowder. Heilungstrecke zwei Stück, das sollte das erst reichen. Jetzt brauch ich noch ein bisschen Essens, was mir die letzte Runde ein bisschen gefehlt hat. Das hab ich ein bisschen vermisst. Und noch ein paar Blöcke, dann geil. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Oh, wir sind das einzige Team. Das heißt, ich soll da gerade drauf gehen. Keiner hat mehr ein Bett. Wir sind das einzige Team mit Bett, also sollte ich mit dem Bogen ein bisschen drauf schießen. Das war eine dumme Idee, sag ich dazu. Also ich könnte jetzt nach Hause gehen und so. Oh, das ist gut. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Tschüss. Easy kill. Easy kill. Oh Gott. Das hat mich jetzt überrascht. Ein Blauer liegt auf jeden Fall noch. Der ist auch wahrscheinlich hier, wie ich sie kenne und liebe. Sie kennen beim Eis. Ja. Wissen wir mal was Neues? Dann gibt es noch die Tabte hier hinten. Nein. Dann scheint es ja nicht in seiner Base. Wissen wir mal was? Hab ich einen Time Out? Ne, ich darf eigentlich keinen Time Out haben. Ja, ich habe keinen Time Out. Das wir jetzt können, ist ein Verhaltensstränke. Auf jeden Fall. Eisig werden. Und das können wir noch. Ach, der Wettungsbutton. Sicher ist sicher. Und dann hätte ich eigentlich meine Folge für das Mal. Wir sind nächste Woche fertig. Äh, für Montag. Wir sind hier heute von... Ja, der ist bei uns. Zwei, eins, null. Wieso kann ich ihn nicht treffen? Ich hab ihn. Tü, tü, tü. 400 KW. Jetzt läuft's doch hier. Das war's dann mit der Falle? Das war die für Donnerstag. Die kriegen wir aber mal schnell. So, Alter. Dann bin ich für diese Woche frei. Für jede Pflicht außerhalb der Schule. Dann tschüss. Was ist in der Zeitpunkt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Trebs nach.